Meine Mama ist sogar Roland-Kaiser-Fan und den habe ich, ja, sie war auf zwei Konzerte und da habe ich jetzt, pass auf, das muss ich jetzt, Mama, ich muss erzählen. Ich war dort und habe den Roland-Kaiser-Fan getroffen, ne? Ach, der ist ja so ganz klein, so groß, ne, so ein Kaiser, ne, so Rolandle, ne? Er sagt, Roland, hallo, er sagt, können wir ein Foto machen für mich, meine Mama ist ganz Fan von dir und er so, ja, und du nicht? Er sagt, du bist doch mein Kaiser, ne? Und ich bin dein Türk, the turkey, ne? Auf jeden Fall, wir haben da ein Foto gemacht, jetzt, pass auf, Roland-Kaiser und ich für meine Mama Hilde, so, habe ich das Foto gemacht, so, jetzt, pass auf, Moment, ihr könnt gleich loslegen, könnt gleich klatschen, Moment, es wird noch besser. Dann gehe ich irgendwann zu meiner Mutter, zeige ihr das Foto von Roland-Kaiser und mir und dann sagt meine Mutter, nach 24 Jahren kommen, ich habe alles fast schon erreicht, Gott sei Dank, aber dann sagt sie zu mir, Bülent, jetzt hast du es geschafft.